Willkommen zurück Folge 14, Need for Speed, Most Wanted Ja im Prinzipiell immer noch auf der Jagd, ah guck an, gerade sage ich es, auf der Jagd nach diesem McLaren da vorne, der einfach viel zu schnell für uns ist. Gerade deswegen möchte ich ihn gern haben, dazu müssen wir ihn kaputt machen. Logisch oder? Und ja dann mal sehen ob wir ihn dieses mal erwischen, das könnte was werden, wenn ich ihn jetzt richtig treppe. Nein so nicht, jawoll! Mein Gamepad vibriert wie so. Guck euch das mal an, wie wir den kaputt gemacht haben. Guck an, da steht gleich der nächste McLaren, ist das der? Ich glaube, ne das ist einer zum kaufen, von daher nein. Kann ich denn jetzt da Most Wanted wagen? Das müsste ja der sein. Ach ne, ne. Hä? Ah doch, McLaren da. Ist da. Dann probieren wir ihn mal aus. Haben wir natürlich auch gleich neue Rennen, das ist ja umso besser. Oh, geil. Oh ja, der ist gut. Oh ja. Bugatti haben wir leider immer noch nicht gefunden. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir den nicht vielleicht einfach freischalten müssen. Da steht was. Ist genau gesehen. Ui, SRT. Und den können wir sogar fahren. Ist ja genial. So, dann gucken wir uns aber zunächst mal die Rennen an. Was ist denn hier? Achso, jetzt ist der SRT neu, oder? Ja, natürlich. Okay, Rennen. Ein leichtes Rundkursrennen, das wäre immer das Erste, was wir machen. Leicht ist immer gut. Los geht's! Ich bin überzeugt, dass jetzt alles besser wird. Oh, 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 oh. Weißt du, ich habe den Satz noch nicht mal zu Ende gebracht. Der hat schon die Lichtruppe an, bevor wir überhaupt in seiner Nähe sind. So, hier. Dodge. Nur käuftig? Das finde ich echt krass in der letzten Folge, also, dass du mir da dieses Flughafengebiet kaufen musst. Warum reagiert der jetzt auf mich? Ich bin auch nicht anders als sonst halt mit 400 kmh zu schnell gefahren, aber das interessiert dich doch sonst auch nicht. Einheiten. Verstanden. Könnt ihr mehr Daten zu Verdächtigen liefern? Versch alle Einheiten. 10.30 für Q3 Einsatz. Sichtungen melden. Das ist die Frage, ob der mich noch erkennt davon, ne? Ich hoffe noch nicht. Nein, natürlich nicht. So, drei Kilometer sind es noch bis zu unserem Ziel. Au. Das ist übrigens die Rennstrecke von dem kleinen Rennen, stelle ich gerade fest. Hier sind wir, in der vorletzten Folge, da werden 10 Millionen mal vorbeigefahren. Aua. Wie. So. So, schön. Ich komme am Lieblingskurver, ja, diesmal muss ich nur nach rechts. Ah. Wenn da klappt, das trifft die bei mir so gut und dann also gar nicht. Ja, jetzt wird alles besser. Absolut, beim März. Gibt es auch noch ein Auto zu finden? Ja, es sieht mir was ja dann aus. Haut es sein. Ah ne, hier war mal ein Rennen, kann das sein? Wir untersuchen das trotzdem mal ein bisschen. Ne, scheint nicht der Fall zu sein, höchstens. Oh Mann, da oben. Ja, da drüben. Pontiac. Müssen wir kaufen. Toll. Würde mir interessieren, wie viel Prozent davon man kaufen muss. So, das Rennen ist gleich da unten, zu dem wir eigentlich wollten. Hier sind wir. Los geht's. So, leichtes, das müssten wir eigentlich schaffen. Und wir kommen gleich in den Nitro, bindet sich eigentlich gar nicht, stell ich grad fest. Mir ist das alles schon so zu schnell genug, beziehungsweise zu schnell. Dream of the Blood Moon. Das wollte ich eigentlich auch immer mal nochmal spielen. Sehr cooles Horrorspiel, eins der ersten Let's Plays auf diesem Kanal. Ich war damals etwas überfordert. Weil's doch überraschend komplex war. Das wäre ja auch noch eine Idee, was man mal spielen könnte. So. Mal sehen, was der McLaren so drauf hat, im direkten Duell. Ich bin zu spät gesehen, dass der da rechts geht. Okay, die auch. Finde ich aber nett, dass der immer so total gegen die Wand fangt. Das mündert mich ein bisschen auf. Gibt es auch legale Straßenrennen? Verstanden. Einsatz bleibt nur ein Kronen. Naja, wahrscheinlich normale Rennen. Also Formel 1 mäßig. Also, aber wirklich, Straßenrennen sind in der Normalfall immer illegal. Fand ich übrigens nett, das hat mich gefreut, das möchte ich jetzt erzählen. Ich hätte vor einer guten Woche zum ersten Mal, also ich habe jetzt, es sind es dann zwei Jahre, dass ich Abitur gemacht habe. Und möglicherweise hat man sich da dann auch, beziehungsweise ein bisschen danach, am Ende des Schuljahres damals halt, danach hat man auch viele Leute zum letzten Mal gesehen. Da mit einigen, mit den guten Freunden hatten wir weiterhin Kontakt, aber mit den anderen natürlich eher weniger. Und dann hatten wir jetzt letztens unser erstes offizielles Stufentreffen, eben knapp zwei Jahre danach. War dann ganz nett, bin ich auch hingegangen. Und was ich sehr nett fand, da habe ich dann einen, ähm, einen Kumpel getroffen. Was heißt Kumpel, ist zu viel gesagt? Einen, mit dem ich bereits in der Grundschule war. Also in der ersten bis zur vierten Klasse dann im Gymnasium, aber nicht mehr. Das heißt, der war da eigentlich gar nicht eingeladen. Er kam halt mit dem anderen Kumpel mit. Naja, ist ja auch nicht weiter tragisch und alles. Aber was ich nett fand, ich hatte dann mit dem geredet und irgendwann sagte er zu mir, ob ich es eigentlich gewesen wäre, der, äh, den er letztens mal, oder was weiß ich, das ist schon länger her, logischerweise mal, ähm, auf der DVD von der Games Aktuell gesehen hat, auf der Games Aktuell DVD und gesagt hat, ja, das war ich. Da habe ich Praktikum gemacht. Äh, und das fand ich sehr, sehr nett, dass mich da mal jemand erkannt hat. Ach, das habe ich. Da hat mein Ego ein bisschen gestärkt, dass, äh, ja, aufgrund dieses Spielsitzel unter anderem auch ein bisschen gelitten hat in letzter Zeit. So, jetzt kommt die Töte hier rechts, oder? Genau, ne, das finde ich nett, dass ich da doch zumindest minimale Spuren hinterlassen habe. Bei der Computech Media GmbH in Fürth. Habe ich euch schon öfter erzählt, war ein sehr cooles Praktikum. Wie gesagt, wenn ihr, ah, da geht es nach rechts. Guck, kaum fangen wir hin zu reden, verzock ich es wieder. Ne, das möchte ich euch mal allen kurz empfehlen, äh, wenn jemand von euch, äh, auch so ein bisschen schreibt, technisch, oder, äh, ja, doch, man sollte schon ein bisschen was mit Schreiben am Hut haben, ähm, aber wenn jemand auch gerade so Interesse hat, oder vielleicht später mal in den Journalismusbereich zu gehen, und eben auch Spiele interessiert ist, dann empfehle ich euch wärmstens, wenn ihr gerade nichts zu tun habt, also so, wenn ihr mit der Schule gerade fertig seid, und noch nicht studiert, ähm, beziehungsweise noch nicht studieren wollt, oder so, dann empfehle ich euch ganz arg, bewerbt euch bei Computech Media für ein Praktikum in der Redaktion, ähm, das ist so eine coole Erfahrung, das waren die drei schönsten Monate meines Lebens, ganz ehrlich, es hat so viel Spaß gemacht, man hat mit so vielen Leuten Kontakt, die eben das gleiche tolle Hobby teilen, äh, man erfährt so viel über Spiele, man ist immer auf dem neuesten Stand, das macht einfach, es sind so nette Leute vor allem, das ist der wichtigste Punkt, äh, es sind so, so nette Leute, also empfehle ich euch wirklich, guckt euch auf der Website von Computech Media um, und bewerbt euch für eine Praktikumstelle, das hat so, so viel Spaß gemacht, und das kann ich jedem nur empfehlen, der sich für's Schreiben und eben für Videospiele interessiert, und wir sind tatsächlich Erster geworden, ich bin begeistert, anwenden, anwenden, so, kommen wir mal nach den Bullen, ah, jetzt hab ich ja noch so, das ist ja schön, zwar nicht viel, aber zumindest etwas, genau, also das war wirklich, äh, sehr, sehr nett, ich war danach noch beim Kicker, im Sportmagazin, das war auch cool, wenn auch nicht ganz so cool, muss ich sagen, das lag jetzt nicht dran, dass, also die Leute waren da auch sehr, sehr nett, das hat aber, es hat auch viel Spaß gemacht, es war aber nicht ganz der, so, so cool wie bei Computech, ganz einfach aus dem Grund, was ich bei Kicker ein bisschen enttäuschend fand, ähm, ich war in der Kicker Online-Redaktion, ähm, und wie das Online-Reaktion, oder, Reaktion, Online-Redaktion, leider so an sich haben, bekommen seine Infos halt rein, aus Twitter, aus Facebook, aus den Websites der Vereine, oder auch per E-Mail, man hat leider mit den Leuten an sich nichts zu tun, ich hab nicht einmal mit jemandem telefoniert, mit jemandem gesprochen oder so, das war ein bisschen schade, aber ansonsten hat es natürlich auch viel Spaß gemacht, ne, muss ich mir gerade eben sagen, also das Highlight bei Computech war natürlich dann auch, ich durfte dann auch ein paar Spiele testen, und das ist ja wirklich für sehr, sehr viele Leute, äh, das Nonplusultra, was Jobs angeht, Spiele testen, und das war auch geil, also ich hab dann, ähm, auf dem 3DS, äh, Legend of Zelda Majora's Mask 3G gespielt, das hat sehr viel Spaß gemacht, und dann so ein paar kleinere PC-Spiele, so Download-Spiele, beispielsweise Shelter 2, was wir ja auch hier auf dem Kanal gespielt haben, zu Weihnachten, oder was gab's sonst noch, Sunless Sea hab ich gespielt, das ist ein sehr vieles Roguelike-Game, das wollte ich auch immer mal hier spielen, wenn auch vielleicht nur als Let's Try, um mal zu sehen, wie euch das so gefällt, dann, tja, dann, äh, Hector, das kennen vielleicht einige von euch, die ja auch ein bisschen Horror interessiert seid, Hector, sehr, sehr cooles Horrorspiel, das hat auch echt viel Spaß gemacht, so, was haben wir denn hier eigentlich noch, mittel, mittel, schwer, schwer, probieren, probieren wir doch noch den mittleren Sprint, ups, gehustet und nicht auf den Bildschirm geschaut, und trotzdem weitergefahren, das war schlau, wird jetzt wieder irgendwas phasen, und von wegen ich schneide es raus, aber da denke ich ja doch nicht dran, ich sehe einen Porsche da drin, und den müssen wir kaufen, toll, also gefühlt finden wir echt mehr Wagen, die man kaufen muss, als welche, die frei verfügbar sind, aber das kann eigentlich nicht sein, ja, okay, das war jetzt ein bisschen dreist, direkt vor dem Motorhaube, das Polizisten mit 180 vorbeizurasen, das gebe ich zu, ich merke es immer wieder, ich habe zu viel GTA gespielt, ich denke immer, man prallt einfach nur dagegen, und kann weiterfahren, und durch, BioWare durch, BioWare ist ja auch, für mich, müsste ja für mich theoretisch, also wenn ich so meine Vorlieben, was Spiele angeht, anschaue, echt ein Hammerstudio sein, aber tatsächlich habe ich von BioWare bisher, nur Mass Effect angefangen, im ersten Teil, ich habe glaube ich die ersten 8 Stunden gespielt, und habe es dann tatsächlich aufgehört, ich weiß, es gibt viele Leute, die Mass Effect als das beste Spiel der Welt sehen, vor allem Mass Effect 3, aber ich muss wirklich sagen, mir war es zu langweilig, ich hatte die Story nicht wirklich gefesselt, das Gameplay fand ich jetzt auch nicht so der Wahnsinn, und das Setting eben auch nicht, ich muss es mal nochmal probieren, hatte mir auch schon überlegt, das ist mit Spade zu machen, aber das kann man vergessen, habe ich dann sehr schnell festgestellt, weil, so viel Text, da bist du nur am, am, am Dialoge zuhören, und so, das ist das einzige, was mir auch beispielsweise Angst macht, mit dem Gedanken darauf, mal The Witcher zu spielen, das ist so viel Dialog, was natürlich schon krass ist, aber, naja, bei Mass Effect ist es noch extremer, ne genau, und dann habe ich noch gespielt, beziehungsweise auch angefangen, und dann mal pausiert, würde ich sagen, Dragon Age Inquisition, habe ich auch so 20 Stunden gespielt, oder so, dann kam Witcher 3, und seitdem habe ich Dragon Age, ehrlich gesagt, nie wieder angefasst, weil es einfach gegen The Witcher keine Chance hatte, muss ich sagen, aber das werde ich dann, sobald ich The Witcher, mit dem fertig bin, werde ich dann bestimmt noch mal Inquisition noch mal anfassen, weil es hat eigentlich auch echt Spaß gemacht, bis auf das Kampfsystem, das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber, naja, ui, also die lieben es, mit irgendwelchen Filtern rumzuspielen, das ist jetzt ein Sprint, oder, und keinen Hinterhalt, sieht cool aus, so, let's go, okay, die Polizei ist auch nicht von der Partie, ach, einmal Nito, die ist scharf, die Kurve, und die abheben wir von mir auch, ah, das bleibt mir, das ist verrückt hier draußen, dass ich die Rater gar nicht zählen kann, das ist übrigens, weil ich vor ein paar Folgen, er mal gesagt habe, ihr sollt euch mal das, wenn euch interessiert das, die Weihnachtsvideos von GameCube angucken, beziehungsweise die Silvestik-Videos mit dem Jahreswirtblick, ist natürlich wie jedes Jahr auch sehr zu empfehlen, ist Scrums Let's Watch, wobei das natürlich was ganz anderes ist, also das ist ja mehr so ein bisschen reflektieren, erzählen, und, ja, teilweise auch echt, ach, Mann, er gibt ja teilweise auch echt immer tiefe Einblicke in sein privates Leben, das finde ich immer, okay, das haben wir verloren, das probieren wir gleich nochmal, das finde ich auch immer, es geht dieses Jahr glaube ich 3 Stunden, aber, bis zum Nebenherröhren echt, echt toll, weil der hat natürlich auch eine absolute Hörbuchstimme, das muss man auch mal sagen, so, nein, die Gute hier wird zum Arsch, das war knapp, boah, wie oft will der mich eigentlich eigentlich noch so seitlich ran, der Arsch, Was ich im Übrigen auch mal ankündigen kann, ist, ähm, ja, dass ich gerade mal dabei bin, ein bisschen mich umzuhören, und zu lesen, und einzuarbeiten ins Thema, Videos aufnehmen von der Playstation, weil ich einfach unfassbar Lust hätte, wie gesagt, ich habe dieses Spiel, im Sommer als SoSK, als letztes Jahr gesehen, habe es, nein, genau die gleiche, verfickte Stelle, es gibt so eine, wie kann man so doof sein, genau die gleiche Stelle, Mann, hier, ähm, ich habe jetzt vor kurzem erstes, relativ schnell durchgespielt, weil ich mir einen Riesen-Spaß gemacht habe, und ich hatte so Bock, das nochmal zu spielen, ich meine, wenn es nicht, das ist wieder die gleiche Stelle, was ist denn los, wie doof kann man sein, es ist echt übel, wie doof ich bin, trotzdem gewinne ich es, völlig unverdient, okay, ne, wie gesagt, was würdet ihr denn von dem Until Dawn Let's Play halten, wenn ich das hinbekommen würde, würdet ihr euch das nochmal angucken, auch wenn das Spiel jetzt echt schon alt ist, oder, äh, interessiert es euch nicht mehr, würde mich interessieren, aber, ja, jetzt ist eh erstmal Pause, ähm, huch, was war das denn, keine Ahnung, und da wir noch von den Cops verfolgt werden, gehe ich mal kurz hier, wenn es denn irgendwann mal geht, ihr braucht immer eine Weile, bis die Tasten wieder aktiviert sind, nach diesen Rennen, so, gehen wir ins Pausen-Menü, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, bis dahin, tschüss, bye-bye.